Und jetzt würde ich sagen, ist eine gute Stelle angekommen, wo ich einfach mal die Facecam anschmeißen würde. Und zwar bin ich da einfach mal. Einen flauschigen guten Tag wünschen euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jump League. Was sag ich hier? Try Jump? Ne, hä? Hey, Moment mal. Die Maps hießen gerade Try Jump. Na dann, aber es heißt ja eigentlich Jump Leach. Ach egal, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jump Leach auf dem meinsucht.net-Server. Ihr habt es bereits im Titel gesehen, heute ist es soweit. Noch ist sie nicht an, aber heute wird sie auf jeden Fall noch angehen in diesem Video. Vorab will ich noch sagen, das ist jetzt keine teure... Also für eine Facecam ist es schon nicht günstig. Aber jetzt auch keine sehr krasse Kamera, die ich mir hier für mehrere hunderte Euros gekauft habe. Aber die reicht auf jeden Fall von der Qualität auf jeden Fall erstmal komplett aus. In Zukunft werde ich dann vielleicht nochmal nachrüsten. Also sehr wahrscheinlich, wann das ist, da setze ich mich nicht auf irgendeinen Termin fest. Vielleicht wird es noch dieses Jahr, vielleicht erst nächstes. Mal sehen. Nein, Mann, immer der letzte Sprung. Und der Golem hat schon keinen Bock mehr. Der hat aber schnell aufgegeben. Wie kann der eine noch bei 12% sein? Also das verstehe ich dann auch nicht. Oh nein. Nicht so ein Modul. Bitte nicht. Ja, danke. Danke, ich bin so ein krasser Typ. Och nee. Och nee. Och nee. Och bitte nicht. Ach, sowas hasse ich ja richtig. Hä? Wollt ihr mich veräppeln? Och nein. Ich habe es gecheckt. Ich habe es falsch gemacht. Das kam mir schon so vor. Ich hätte wahrscheinlich dort aufgemisst. Ne, das hätte auch gar keinen Sinn gemacht. Ach egal. Jetzt habe ich die Lite-Version. Ey, ich bin mal zum 10. Modul gekommen. Das ist ja... Wow. Es wäre noch mehr Wow, wenn ich nicht die ganze Zeit an derselbe Stelle scheitern würde. Ach komm. Das kam mir jetzt aber so richtig so vor, als wäre da eine Barriere gewesen. Ey, die wollen mich doch regelrecht verarschen. Hier mache ich alles so schön locker und gediegen. Und jetzt... Oh Gott, oh Gott. Kommt dieser Sprung. Was ist denn das? Wie soll man da drauf kommen? Ihr wollt... Also die halten uns doch für komplett. Ja, 10 Sekunden. Da hole ich mir lieber noch ein Eis hier unten. Tschüss. Und jetzt würde ich sagen, ist eine gute Stelle angekommen, wo ich einfach mal die Face... Cam anschmeißen würde. Und zwar... Bin ich da einfach mal. Jetzt seht ihr den Typen, von dem ihr jahrelang die Videos gedisliked habt. Guten Tag, das bin dann wohl ich. So, ich hole mir jetzt mal hier schnell was. Oh Gott. Einmal verzaubern brauche ich hier noch. So, dann... Zack, zack, zack. Eine Angel wäre schön. Hm. Was nehme ich mir dann? Ich könnte eigentlich... Ja, ein bisschen essen wäre noch ganz gut. Ich würde sagen, nehme ich noch... Zwei extra Leben. Und vom Rest... Bisschen Schwein. Oder Kuh. Ne, ich glaube Kuh ist das. Ja, Kuh ist das, genau. Und dann können wir... Das... Die ganze einmal skippen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch vorgestellt habt. So, wie ich jetzt aussehe. Ob ihr euch... Oder ob ihr mich so vorgestellt habt. Klar, das letzte Video, da hat man mich schon... Im Thumbnail gesehen. Aber halt noch zensiert. Und das ist halt jetzt unzensiert. Und jetzt muss ich mich mal hier... Bisschen... Oh Gott, ey. Ne, 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 ne. Also so haben wir nicht gespielt. Jetzt noch abstauben. Tschüss. Ne, also abstauben gibt es bei mir nicht. Also, ne. Hallo, kannst du auch mal aufhören, mir die ganze Zeit hinterher zu rennen? Was ist denn das? So, ein bisschen regenerieren. So. Och, nee. 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 Hey, das ist doch Team. Die machen ein Team. Was seid ihr denn? Och, kommt. Ihr wollt mich doch veräppeln. So. Und jetzt bist du dran. So. Ihr kleinen Teamer. Ihr seid solche Teamer. So. Ey. Jungs, was war denn das? Äh, und ihr schreibt doch BG. Wen ist denn einer, der GG schreibt? Aber ihr habt geteamt. Was, was ist denn das? Och, nee. Also. Das Video schicke ich ins Forum. Jungs. Also, ich weiß nicht, ob die das gecheckt haben. Aber wenn ihr schon BG schreibt, dann hat der locker gewusst, dass Teams verboten ist. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Und dann noch zu zweit verlieren. Einfach alle hintereinander gekillt. Ohne Probleme, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da auf dem Zweitkanal. Tue ich jetzt auch noch ein paar Videos produzieren. Dort werden jetzt Reactions kommen. Von was? Schauen wir mal darauf halt, wo ich drauf Bock habe. Ansonsten würde ich sagen, der Zweitkanal ist unten in der Beschreibung verlegt. Den tue ich euch auch mal in die Kommentare. Wenn ihr es nicht vergesst, anpinnen. Und ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao. Leute. Verstehen. z